Hallo Leute, die Bevölkerung in Pratschlag-Kirikan feiert ja, was es zu feiern gibt. Und heute ist anscheinend so ein Kinderfest, liegt auch nicht schon genau durch. Ziemlich was los hier, gegen 8.30 Uhr am Morgen auf dem Gelände vor dem Fußballplatz. Musik auf alle dabei. Hallo, hallo? Hallo, hallo? Und hier die Kleinen. Ob das Kindergarten ist oder so. Sieht ja lustiger aus. Da haben sie alle verkleidet hier. Scheinen unterschiedliche Gruppen zu sein. Die tragen alle so Schilder vor sich her. Ich spreche mit jemandem. Das sind die Aktivitäten, die sie machen. Die laufen und machen Weitsprung in andere Sportarten. Wie bereits erwähnt ist es ein Sportfest. Alle sehr nett hier. Da klären wir alles auf Englisch. Es ist wirklich ein Sportfest für die Kleinen. Es geht den ganzen Tag. Und das macht jede Schule. Mindestens zweimal im Jahr. Und die nennen das Ganze Activity. Hier die Nachwuchstrommler und Trommlerinnen. Und die haben sich mit den Hüten besonders schick gemacht. Natürlich wird das Ganze wie immer in Thailand nicht ganz so bitter ernst genommen. Im Vordergrund steht der Spaß. Der Sanuk. Koi Brot ist die Schlange zu suchen. Die zappelt im Freien wieder rum. Untertitelung im Vordergrund. Liedleinen können die Fahnen und Transparente kaum tragen. Einige traditionelle Kostüme. Einige Kostüme. Das sind die aktiven Sportler und Sportlerinnen zu sein. Das war's. Das sind endlose Reihen von Kindern und ich denke mal momentan das ist das Rahmenprogramm, wie das im Endeffekt weitergeht, irgendwo auf dem Sportplatz nehme ich an. Das war die Eröffnungsfeier vom Kindersportfest in Quatschow-Apürikan. Falls euch meine Videos gefallen, abonniert bitte meinen Kanal, bewertet sie positiv, bleibt mir alle miteinander gesund, haltet die Runden steif und lasst es euch gut gehen.